Mahlzeit! Guten...Morgen? Ist das morgens? Abends? Ich hab keine Ahnung. Können wir einmal auf die Uhr gucken? Können wir mal auf die Uhr gucken? Können wir hier auf die Uhr gucken? Kann man hier auf die Uhr gucken? Hier ist doch gar keiner. Es geht darum... Wir machen einmal einen Blick auf die Karte. Wir haben 2.39 Uhr in der Nacht, hören sie mal. Ja. Und wir gehen jetzt zu dat Kenley College. Jawoll, ja. Wir müssen dat Kenley College machen. Ich mach da jetzt ne schnell und sie kommen hinterher. Jawoll, sie haben den Flug schon gebucht, ne? Bin dabei. Nein, das ist Stopp. Falsch. Falsch, ne? Das gibt's ja. Ich hab da dat Kenley College angeklickt. Das erinnert mich da... Ey, was ist dat denn, Mann? Das hatten wir doch schon mal, ne? Ja. Ich klicke dat Kenley College an. Mach auf Schnellreiß und der geht woanders hin. Also sind die Führungskräfte Leute. Dabei ist dat noch... dat ist noch angeklickt. Dann ist der Brüller. Immer verdattelt. Immer verdattelt hier. Wo ist er denn jetzt? Ah, jetzt geht's. Aua! Machst du dich denn so breit? Das ist ein schmaler Heli. Hör auf damit. Hier, nimm mal. Boah! Boah, bin ich froh, dass ich hier rausbiege, ey. Boah, ey. Boah, echt. Mann. Meine Güte, ey. Agent, ich kann den mobilen Shade-Server nicht finden. Ich schalte Isaacs Untersuchungsprotokoll ein. Solange die Zugriff auf den Server haben, ist dieser Kanal nicht sicher. Untersuchungsprotokoll aktiviert. Ich versuche zu helfen, aber ohne den Zauber sollten wir die Kommunikation auf ein Minimum beschränken. Achtung! Taktische Analysen können aufgrund mangelnder Daten fehlerhaft sein. Isaacs Untersuchungsprotokoll erstellt ein Echo mit Hintergrundinformationen für die verfügbaren Untersuchungen. Ach, gucken Sie mal, ich gehe ins Licht. Ne, bleiben Sie mal hier. Ja, gehen Sie mal. So, passen Sie mal auf. Mal eine Frage an Sie. Machen wir das jetzt von links nach rechts? Mir egal, wir können auch in der Mitte anfangen. Und dann rechts und links machen. Oder rechts nach links. Mir ist egal. Oder oben nach unten. Sie sind der Grubenleiter, Sie haben zu entscheiden, ich geheuchte. Endlich hat es nicht verstanden. Oh. Oh, da leuchtet ja viel. Folge ihn einfach nur. Das ist das, was ich befürchtet habe. Das ist aber nicht der Einsatz, ne? Das ist jetzt hier Looting, ne? Looting by Hoxton, ne? Was? Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Oh. Kannst du nicht? Ich gehe jetzt hier unten rein in eine U-Bahn. In eine U-Bahn? Ja. Okay. Kommen Sie mit? Ja, ich gehe auf der anderen Seite. Wir dichten ab hier die beiden Tunnelrohren. So. In over. Was ist das denn hier? H&M? Werbung. Das ist H&C. Hampton Co. H&C. H&C. Oh, guck mal. Was denn? Der sieht aber gut aus. Der Christmas Special. 10% auf diesem... Bacon und Tomato. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, Herr Hoxton. Stellen Sie sich mal daneben. Oh, ja. Stellen Sie sich mal daneben? So? So? Das Sandwich sieht eindeutig besser aus. Boah, jetzt ist aber gut. Ich wieder hier, weißt du? So. So? Äh. Wo sind wir überhaupt? Kenne die U-Bahn-Station, würde ich sagen. Ja. Also, meine lieben Studenten, ja? Das kann aber wohl nicht sein, dass ihr so eure U-Bahn hinterlasst. Weiß auch nicht, was hier los ist. Kann ich sagen. Auf jeden Fall nicht sauber aus. So, dann gehen wir da mal rein, ne? Huh. Haben Sie ausgewählt? Story-Einsatz? So. Oh, hier ist ein Baseball. Ich habe gesehen, mit einer, mit einer Hand. Und hier sind schon die Pilze am wachsen. Haben Sie das gesehen? Hier ist ein Echo hier oben. Hier, hier, hier. Hier ist ein Pilz. Hier unten am Boden. Bisschen Erde neben dem Baseball. Uah. Jetzt gehen sie da direkt durch. Jetzt haben die Pilze unter die Schuhe kleben. Ehhh. Ehhh. Ähm. Hallo? Äh, ist aber auch fies, ne? Guck mal. Da machen die hier so Glasscheiben hier. Wer meinst, wie... Dann schnitzelst die ja alles weg, ey. Oh, dann gucken wir mal an der Echo. Dann gucken wir mal an der Echo. Schwenzen. Wenn jede davon zu einer Sprengfalle gehört, ist ganz DC in Gefahr. Ah, super. Es ist ein zeitliches Ding, glaube ich, mal gehört zu haben. So richtig schnell sein, ne? Nur so zur Info. Aber das sind sie ja. Sie sind ja ein schneller Hecht. Ja. Kommen wir hier rüber? Kommen wir mal hier ran hier. Nein. Na ja, ist doch wohl. Ich kümm... Hä? Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube hier, ne? Ich bin auch hier. Ich sehe irgendwas. Oder hier da. Oder da hier. Ja, ich glaube wir müssen mal runter hier. Ich glaube hier ist immer richtig. Hallo? Hier werden wir, glaube ich, auch rausgekommen. Spezialmond? Ja, Moment. Hier ist auch nur eine Waffelkiste. Ähm, ich glaube wir suchen erstmal hier oben, ne? Ja, warten Sie mal. Ich bin hier gerade. Äh, das sieht nicht gut aus hier. Oh, warte, unser Schlüsselkasten. Kommen Sie? Hier ist ein Schlüsselkasten. Möchten Sie aufmachen? Ein Schlüssel der Black Tars. Sehr geil. Ähm, hallo? Ich weiß nicht, was hier ist. Wir sind falsch hier. Hier sind wir falsch. Hier sind wir auch. Hier geht da die Treppe runter. Das wäre der andere Zugang gewesen. Hier die Treppe runter. Ähm, ich bin ein bisschen desorientiert gerade. Das macht nichts. Das kenne ich ja schon von Ihnen. Da unten geht es auch nochmal runter. Da ist auch noch eine Waffelkiste. Ach, eine Spezialmondkiste. Oder was ist das denn? Oh, Schlüssel der Outcast. Ähm, haben Sie? Wie viele Schlüssel der Outcast haben Sie? Zumindest vier Stück. Ja. Okay, ich hatte nur drei. Dann passt das jetzt. Dann sind wir beide drei. Oh, hier ist auch wieder was. Dann geht es wieder hoch. Meine Güte ist das. Hier, ne? Ja, hier ist einiges zu suchen. Geht es hier rein? Wir müssen uns mal einen Plan machen, wo wir jetzt überhaupt langlaufen hier. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich bin jetzt immer von bisorientiert. Äh, was denn hier? Nochmal Brandmusik. Herr Hochzen, kommen Sie mal her. Ah, hier ist was? Hier wird angezeigt hier. Da. Was war denn schon wieder? Was haben Sie denn schon wieder gesehen hier? Ah, gucken Sie mal. Großer Bereich. Ja, aber wir müssen nach hinten lang. Wir müssen noch einmal gucken, ob wir da irgendwie lang kommen. Okay. Kommen Sie mal mit. Ey, ist auch eine Treppe hier runter. Jawohl, Treppe. Hier, kommen Sie mal mit. Ja, die Treppe nach unten. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir ein Ding gefunden haben, geht der Spaß hier los. Kann auch sein. Keine Ahnung. Ach so. Komm, wir gehen mal hier runter. Hier runter. Oder hätten wir auch da runter gefunden. Selbe hier. Warten Sie mal. Hier ist noch eine. Ja. Mit einem. Die sind weder Gegner noch irgendwas anderem. Hier ist eine Benutzung des Zugangs Terminal freischalten. Kommen Sie doch einfach mal. Ja, ich komme ja schon. Ich habe nur ein bisschen gelootet da drin. Ja, sie looten immer. Sie sind looty, ey. Boah, wie sieht das denn hier aus, ey? Hören Sie mal. Der ist so groß, ey. Ja. Ah ja, ich habe drin. Da hinten sind sie. Da hinten, da unten, ja. Scheiße. Ich gehe mal hier rüber. Lila Laune Bär mit Schafi Schütz. Oh, scheiße. Die haben uns schon gesehen. Wolli. Wolli. Und geschützt. Sie, aber wo ständig den Geschütz? Oh. Oh. Da geht man mal weg. Der brennt ja hier irgendwie wie ein Weihnachtsbaum, der Ochs. Oh, da geht man mal weg. Oh, die sind aber schnell dort. Ach, da kommt eine Art. Hat sich doch gelohnt, dass ich meine Aussage direkt von dir. Ah ja, ich sehe schon. Schnell dort. Aber auch bei den Spezialgegnern auch der Fall. Ich gehe mal runter. Ja. Ich habe mal ein ganz blödes Gefühl. Ja, ich habe auch kein süßes Gefühl. Ich muss ganz ehrlich sagen. Tragbares Gerät erkannt. Ein tragbares elektronisches Gerät wurde erkannt. Warten Sie mal, warten Sie mal. Wenn ich sage, ich gehe runter, dann frage ich mich, warum sie jetzt hinterherlaufen. Weil sie looten wollen, ne? Die kleine Schweine. Ist das nicht lustig, Herr Ochs? Da habe ich mir schon gedacht, dass die so eine sind. Ah, hier ist ein tragbares elektronisches Gerät. Ja, ja, ich suche jetzt erstmal andere Geräte hier. Ich nehme das schon mal, ne? Da können Sie ja dann später noch einsammeln. Warum kann ich das nicht einsammeln? Weiß nicht. Machen Sie mal offen. Hier, das hier. Ich kann das nicht aufmachen. Ich werde das nicht aufmachen. Wahnsinn, ich komme mal runter. Ja, das wäre ganz nett. Das hier. Kann ich nicht aufmachen hier. Oh, ich auch nicht. Es leuchtet einfach nur. Das beruhigt mich irgendwann mal. Ja, ja. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Obwohl ich ja wirklich ein dummes Gefühl habe. Oh, hier ist auch noch was. Schlüssel der Outcast. Ich habe mal aufgemacht. Ja, das ist nett. Boah, die redet da immer noch. Oh, ich habe noch was. Ja, noch nicht. Biste der Outcast. So, und jetzt kümmere ich mich aber um das Ding hier. Jetzt reicht aber. Hier ist noch was. Jetzt reicht aber. Jetzt aber. Bereit? Ja, ich befürchte es. Zahlreiche unkonventionelle Sprengsätze entdeckt. Alle scharf geschaltet. Wie? Wie müssen wir jetzt stehen? Los! Ja, ich habe es geahnt, ey. Jetzt geht es nämlich los hier. So, und da wären wir nämlich noch gestört, glaube ich. Also, ich mache mal hier irgendwie. Geh nach oben. Ja, ich auch. Weil vor einen ausgeschalteten Namen kommen die wahrscheinlich, ja? So, eine aus. So, wo ist der Nächste? Dahin ist der Nächste. Ach, da bist du schon. Okay, dann mache ich unten. Sprengfalle deaktiviert. Sprengfalle deaktiviert. Okay, einer fehlt noch. Da oben ist der. Ich hoffe, ich schaffe das, bevor die Typen kommen. Ich komme mit dir. Mal raus. Aua! Wer sieht da uns? Verdammt! BAM! Alle weg? Ja, weg! So, der Terminal verteidigen. Wir müssen runter. Weil die schalten die, glaube ich, immer wieder rein. Los! Du hast's verdient. Ah, Schlöcher. Da hinten sind welche irgendwo. BAM! So. Der ist weg. Oben. Kommen sie raus. Da sind sie. Alter. Sprengsätze scharf. Oh, der hat wieder einen Sprengsatz scharf gemacht. Ich geh mal nach oben. Ich bin oben. Ich bin oben bei dem. Okay. Hast du aus? Terminals gesichert. Verteidigung erforderlich. Okay. Geh mal wieder nach unten, oder bleiben wir hier oben? Da unten kommt einer. Ja, ich geh auch mal runter. Ah, von hinten. Arschlöcher. Ah ja, okay. Wir sollten vielleicht zusammen bleiben. Ja. Boah! Der muss noch einen Brenner. Der muss noch einen Brenner. Rauch auf den. Die geht hoch. Okay. Dahinten redet noch einer rum. Von links kommt auch noch einer. Mach den Weg. und passiert das tod aber ich muss nur einer sein der ist auch schön dass er geht hoch da muss auch noch einer seien 154 wo bist du arschloch wo einer sein da oben ist der der scharfschütze dahinten oder was das ist meine rolle holt mir die schon an 122 verstanden hinter mir sei ich bin da und ich hole sie mich danke der bild zum sprengsatz los hinter einer rechts aller links dann mal los hinter mir ach fuck ey kein lebenszeichen bei den tod ja komm zu ihnen bin ja schon draußen ich hole sie die sind auf einmal da ja ich bin immer da nein die tüten so lange danke soll jetzt aber ein weg mit den arsch wir haben da eine war nur bereich sichern da kommt das noch denn her die sind auf einmal da ja das sind so da da ja da die data alter wo denn ich sehe keinen mehr doch da ist noch einer irgendwo da da wer auch immer sprengt heute ist in der nähe kümmern sie sich darum so kommen lasst uns erst mal einsammeln anführer so ein fetter design oder so wir machen weil es immer alles erst mal alles einsammeln wo ich noch was aber gut der oxen scheiße bin viel zu oft kaputt gegangen scheiße ich wollte nur hier einsam passen auf der kommt jetzt hier um die ecke weg der fettig meist mal ein rolli fettig natürlich hat er noch ein paar scherken dabei hat der tag oder was hat er da ja ich bin schon beim facken mal gucken was er meint zu unserem hier der drama kriegt jetzt alles der gegner entdeckt wer bewaffnet das hier schweb und gehen da ist noch nicht da noch ein rolle ich habe keinen mehr rolle ich habe eingeschmissen okay noch mal mit hier rein auch da sind sie schon muss man in mein geschäft sie kaputt machen jetzt kann ich den rolli schmeißen und wir gucken mal wie viel da noch sind hopp ein rolli hopp ein rolli ein rolli ein rolli Aua was jetzt muss man wieder einen den Studi der Studi den Outcast Anführer hinter dir ok boah da ist er der Studi oh das ist hinter mir aber das ist ein Hammermann den Kurodo eigentlich Aua Aua Schweden Verrundung entdeckt Schweden Verrundung entdeckt Schweden Trouble Ich bin auch down Aua Aua Das war keine gute Idee Nee Nee der Studi hat mich abgeballert Ey ich bin doch schon tot hau du dir irgendwie rum du Do Kein Lebenszeichen bei Agent Ja mich hat er auch gehauen Wer auch immer die Sprengfallen zwingt Leute ist in der Nähe Kümmern sie sich da rum Wo bist du? Ich bin in ihn Warte mal Komm lass uns mal eben schnell einsammeln hier Aber wieder Aber willst du denn alles alte? Ja wir müssen die ganze Scheiße nochmal machen Versteh noch Hehehe Den Drummer nochmal suchen Und den Drummer nochmal Hehehe Genau Wo bist du denn? So ich bin hinter dir Haushalb Bis dann Tschüüüüüü